willkommen zur zweiten folge von cyrus glaube ich cyro cyrus der dino ach du scheiße also ein blatt 100% hüpfen hä? doch so na da kommt der oberth oder? ne ob wir auch noch wachsen nein die verschwinden Mist, ich hab's geahnt so, oh nein spring oh, spring sag mal scheiße jetzt? ja, sehr gut hallo oh, da ist ja auch ein X mit dem Double Jump würde das, also mit dem Lauf Jump Double Jump würde das sicherlich, äh scheiße, klappen, aber ich hab hier nirgendwo was zu futtern sagte er und hat was cool cool äh, wie lange dieser Level geht, äh meine Fresse okay, scheinbar muss ich auch wieder so jumpen oh, klasse äh, wie soll denn der zwei Schläge gebraucht? äh, okay äh, wie soll das okay und ist äh, wie soll das ein leben das ist nicht gut nicht gut ob es da sind jetzt herzen drin 1 und 2 sehr schön kriegt warum bin ich jetzt so gestorben und jetzt hat man unser erst allerdings gewirkt und wir haben es trotzdem noch ok checkpoint und wieder jumpen jeder wartet jetzt gleich wieder einer weggebächt habe ich dich ich gehe lieber weg da steht ja trotzdem mein herz wo das verschwindet wieder dann lasse ich die spinnen oben oh gott das war knapp so über 500 bercht deine schillen checkpoint ich gucke jetzt trotzdem ob hier ein herz eventuell ist ja cool aber bräuchte jetzt überhaupt nö du hast ein bruder gerettet ohnehin keine flucht sequenz aber wir haben keine fähigkeit diesmal bekommen ohnehin ja 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 scheiße ich habe allerdings hin fressen ja 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 Scheiße, wie soll ich die nicht hier fressen? Oh, das wird das Level. Maximal Lebensanzeige. Sehr gut. Bronze. Silber. Okay. Ja. Ja. Der Sumpf. Okay. Heißt das jetzt... Ah, die können wir noch kaputt machen. Gut, ich dachte schon, die werden vielleicht schlecht. Ich darf wahrscheinlich nicht im Sumpf landen. Nein! Das lief ja gut. Was mich bloß wundert ist, der Dino hat ja eigentlich eben noch, der Große, eine Wand kaputt gemacht. Ich dachte, da kommen wir jetzt dann durch. Beziehungsweise kriegen die Fähigkeit, auch irgendwas zu zerstören. Ich glaube, hier werde ich öfter sterben. Oh, ich dachte... Ich wollte schon sagen, Kampfarena doch nicht, aber... Die Seerose geht doch bestimmt unter. Oder? Ist doch eigentlich im Eben-Spiel so. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Mensch. Nur noch ein Herz. Geil. Oh, Leute. Oh, Leute. Ach, so ein Herz führt uns wieder komplett auf, oder wird... Was ist das eigentlich gerade alles für ein Geräusch? Das ist halt irgendein Bug, oder wird... Ich glaub... Ich glaube, ich rebere Mal. Ach, ich probiere alles noch mal. Trotz Leser... Ich darf es gar nicht auswählen. Ich fuclear, ich gebe dir mit euch. wieldetiert mich verlassen. Ich darf nur zwei Arbeitsplätze. Ich sage educate mich, weil ich bin auswählen. Achtung. Oh, dieses Geräusch nervt ein bisschen jetzt gerade. Super. Das hätte eben schief gehen können. Wow. Alter. 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 Ein Freund. Bruder gerettet. Eine neue Fähigkeit. Ah, das zerschmiedere. Kopfstoß. Ich werde jetzt aber nicht nochmal zurückgehen, um die scheiß in der Mauer platz zu machen. Ah, das sage ich jetzt nicht, dazu brauche ich auch Kraft. Äh, ich fress lieber nochmal. Ach so, wir sind jetzt wieder hier. Ach so, wir sind jetzt wieder hier, wo wir das auch brauchen. Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitz, ich bedanke mich. Bis dann.